Feuerfliegel und Phasenmorgensstern, die Schilde, Speer, noch das Langschwert, Streitgräuble plus 1, Tiere sind deine Freunde, brauchen wir auch nicht, die brauchen wir auch nicht. Der Speer ist verflucht, die Pfeile brauchen wir auch nicht und damit haben wir unser Gewinn verdoppelt. Was heißt unser Gewinn? Unser Gold verdoppelt. So, wir können eigentlich nicht mehr viel machen, als die Herz des Winters Queste fertig, also jetzt endlich den Würmstamm auf ihre Insel verfolgen. So, dazu müssten wir mit Jolter reden. Alles ist in Ordnung. Euer Schiff liegt bereit, um euch auf die Insel des großen Würmen zu bringen. Wollt ihr aufbrechen? Ja, lass es aufbrechen. So. Weiter. Von dieser Insel kommen wir auch leider nur runter, wenn wir... Ja. Die Bedrohung durch Ikazaracht abgewandt haben. Was wisst ihr über Ikazaracht? Intelligenten wird sie die Materialien aller Würmer des Nords genannt. Man nimmt an, dass sie vor vieler Generation von einem Fremdling am Ilseer sie getötet wurde. Mehr weiß ich nicht. Verstehe, okay. Ja, wir haben ja auch... Wir singen die Klinge an. Die hier jetzt auch wieder zu funktionieren scheint. Achso, die hat nicht funktioniert... Ja, während wir in der Burg waren. Was auch irgendwie Sinn macht. Fremdes Öl und noch mehr fremdes Öl. Und der einzige Ausgang hier raus scheint ja da oben zu sein. Geht. So soll es geschehen. Geht. Tolle. Einverstanden. Was ist los, wenn es dein Wunsch ist? Sag, was du von mir befehlen. Schür meine Sterne an den Klingeln. Ist etwas nicht in Ordnung? Die Eis-Trolle sterbt zum Glück schneller als die Stehtrolle. Die Eis-Trolle sterbt zum Glück schneller als die Stehtrolle. Nehm, keine Gefangenen! Dieses Bootstreck aufgewebt worden zu sein. Hat den Überresten gesprungen von Cloud sichtbar. In Ordnung. Ich höre, was eines dein Wunsch ist. Winterwolf-Pilz. Dein Befehl, weiter! Ich versche mir meinen Wagen in deinem Blut! Okay, noch mehr Tolle. Okay, Ge-Wemme, wer hat das nicht? Warum ist das jetzt auf einmal so viel? Das ist nicht schön. Okay, da hat Säure Pfeil. Sag, was du von mir willst. Einverstanden! So, der letzte Eis-Troll liegt, äh, Schnee-Troll liegt flach. Okay, so wie es aussieht, kann man gerippen und mal töten. Wie kann ich helfen? Gewiss. Was mit Vergnügen? Edel. Schädel? Edelstein. Jede Menge Wolfspferd zu den Edelsteinen. Und auch mehr Eis-Trolle. Dein Befehl soll geschehen! Wurken mit Vergnügen. Okay, da unten im Schiff. Um scheitert Schatz zu liegen. Wie kann ich helfen? Euer Leben ist verwirrt! Euer Leben ist verwirrt! Dein Befehl? Ja, in Ordnung! Gut, da gucken wir mal, was hier drin ist. Ohne Robe. Die sind besonders draus. Wenn wir auch nicht so identifizieren. Bloß so. Namjis Robe. Rüstungsklasse 5 und Trigger erhalten. Ein Treffer. Zurück. Das ist das, dass sie viel besser. Sag, was du von mir willst. Vorwärts! Dieses Boot ist in zwei Hälften zerbrochen. Dann auf dem Eis liegen die Lastenboden. Was? Was ist das alles? Also da oben gibt's mehr Eis, Tron. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Und hier gibt's gar nichts. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ich muss mich bald ausruhen. Dann rasten wir mal hier. Wie kann ich helfen? Erfolgreich, witterweise. Dein Befehl? Dein Befehl? Ja, einverstanden. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten, was ich kann. Euer Säurefeiler geht ab. Das war der falsche Zauber. Und du hast gerade keine Munition mehr. Hm. Ja, du brauchst alle Bolzen. Proseinze, Bolzen, die wir noch haben, erst mal. Wie sieht's bei dir mit Gugeln aus? Okay. Sag weiter! Oha, ja, Eisbjörn. Merklaue. Okay. Ich würde aber mal sagen, bevor wir den Weg dann weiter beschreiten. Ich höre. Ich tue es. Okay, triggert wir doch die Eisbücher. Wir müssen hier her. Die 14.000. Ja, eingangs wurde schon von die Kassa gemacht. Äh, wieder raus. Auf in den Sieg! Wir können das nicht schützen! Okay, ähm... Ja, toll. Gewiss. Ich werfe mir meinen Wart in deinem Blut! Ich fürchte, ich hatte es erwischt. Warum bekämpfen sich, ähm... Warum bekämpfen sich, ähm... Ich und Bär, oder was? Wir können das nicht schützen! Er bröken uns in die Welt. Er bringt Jäxzuse Tet. Genau. Nicht so gut. Okay, lassen wir das rausgehen. Dieses Mal? Dieses Mal müssen Taten deutlicher stecken als euch. Ich fürchte, mich hat es erwischt. Lauf hin! Ich mach so schmerzlos. Ich mach so schmerzlos wie nütz. Euer Leben ist verwirrt! Okay. Gut. Jetzt... ...speicher ich... ...LP 009 ab. Jetzt machen wir erstmal einen Cut. Ich brauch Pause. Also... ...bis gleich. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.